so ab sch ii da war mit dem kapitel ja ein ende wo ist denn mein mantel ah! uh! Sturmmantel! wird ein lauses Lüftchen aus dem Popo glaube ich pfiip pfiip macht es naja ja Ja! Der Graz, 8.30. Da haben wir ja auch einen von uns anders, oder? Ah, nicht dass hier einer entsammt fällt. Was müssen wir denn? Da tun wir es noch kurz in den Regatoren. Anscheinend nicht. Volles Boot! Mit einem Pfarr. Bill, du warst ein Scharpshooter, in der Kavarie, nicht wahr? Was? Wenn wir da sind, vielleicht noch ein Scharpshooter. Ich habe nie gesagt, dass ich kein Scharpshooter war. Oh, das stimmt. Was war das? Das ist die Nation der größten Latrine-Digger, nicht wahr? Ja, ich habe gewonnen, und ich habe gewonnen. Also, du hast mir immer gesagt. Du hast mir etwas gelernt, was du mit lernen kannst. Die Indiener waren Savages. Schau dir aus, Junge. Schau dir. Der einzige Typ von Scharpshooter in diesen Teilen ist ein Moonshine, Swillen, Pompass, inbrede Locals. Dutch, ich habe alles gesehen. Ich habe keine Angst, dass du alles gesehen hast, Bill, aber dein kleine, kleine Gehirn war zu klein, um zu verstehen, was du gesehen hast. Was du gesehen hast, war die Leute, die alles zu Scharpshooter verloren haben. Scharpshooter, Scharpshooter. Die Scharpshooter kommen aus Europa, um eine riesige Vengeance auf die letzte Glocke. Interessant. Manche Leute, die Leute haben sich vorbereitet für ein Scharps. Ich bin entschuldigt, dass ich meine Leben versucht, die Leute zu lernen. Ich liebe dich, aber ich liebe dich. Ich liebe dich. Ach so, die Liebe auf die Seite. Du denkst, dass wir das haben? Keine Liebe auf die Seite, Arthur. Das ist alles, was wir haben. Das ist alles, was wir tun. Du bist nicht ganz schnell. Die schraubt, wie die lachen. Schnell und klein. Geht erst mal ruhig. Ich springe runter. Die Chance zu schießen, schießen, oder? Das ist doch... Sie können schießen. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 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 No... Two... Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 No... Okay, I'm sorry, friend No, name your price, name your price, every man have a price, eh? Okay, okay, no, I surrender, I surrender, I... Should we kill him? Nah, let's take him to Dutch. You can carry him. I ain't touching that piece of shit. Okay. Who should do that? auszahlen 155 Dollar so Das ist es! Das war's! Stay with me! Hold it right there! I'll use it! Somebody hit this fool already! We'll get you back! What the hell is the fool of you? What the hell is the fool of you? What the hell is the fool of you? We'll get out of here! You're a bunch of guys! Where can I get out of here? Where can I get out of here? Ah! Someone kill him already! We're almost there! We're almost there! The head's right here! We're looking for the fool! Hey! Look out! Pull them up! We're taking a lot of you down! Give me this suit! Come on! Come on! Bill! Oh! Stop it! Quick, get on your front. Put him in the front. Bill, du help. Okay, got him? Oh, come on, Lenny. All right, come on. Let's get out of here. Yep. Hey, big man. We gonna ransom you or what? You're pathetic. Oh, I am. Because from where I'm sitting, you're the one deserving of pity, my friend. All your men. All your money. It weren't no match for a bunch of bumpkins. You are nothing. You do nothing. You mean nothing. You stand for nothing. Me? I run a city. And when the law catch up to you, you will die like nothing. I am this country. You, you, you are what people are running from. I possess things that you will never understand. You don't even possess your own men. A thousand dollars to the man who kills him and sets me free. Oh. What are you gonna say now? They are even bigger fools than you. No doubt. The law will find you. Already, the dogs are on the way. Oh, yeah. Oh, you're right. You are so right. They are good at smelling filth, huh? So filth has got to be this dog's job. Our friends of Biggerdans are gonna come and rescue you, you repulsive little maggot. Oh. AHHHHH!!! AHHHHH!!! AHHH!! CALL THEM NOW! YOU CALL THEM!! AHH!! 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 Das Teil, das schützt die Schwertigkeit. Das Teil. Ich weiß nicht. Ja, ich weiß. Es ist nicht schön. Ich weiß es. Aber es ist uns oder er. Ich glaube, es könnte ihm sein. Mr. Bronte. So, dann nehmen wir hier nochmal. Geil, natürlich. Wenn wir hier erstmal loswerden. Schande. 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 Das war's für heute. Ja, ich geh schon. Ich muss dir Kopfkack bezahlen, mein Lieber. Ja, alles bezahlen. Ja, ich geh jetzt zurück. So, das haben wir erledigt. Jetzt, ähm... Wahrscheinlich wird die Bank überfallen, oder sowas. Jetzt der Bronte ist er jetzt. Die Schiede. Die Schiede. Hey! Who's there? It's Arthur! Who's back? Who's back? Hey, hey, hey. Hast du etwas vergessen? Nein. Ich glaube nicht. Ich sage dir, Dutch, das ist die Möglichkeit, diese Geräte zu machen. Die Distraktion wird dir immer die Zeit, die du brauchst. Ich... nicht... Ich glaube nicht. Es ist der richtige Plan. Wir haben die Arbeit gemacht. Ich bin in der Stadt. Looking. Watching. Und... Und waiting. Ich habe es so gut testiert, wie ich kann. Es ist der richtige Plan. Ich weiß. Ich... Ich... Between Sie und ich... Ich... Nervös. Ich glaube, ich glaube, das ist es. Du bist immer nervös. Das war mein Job all diese Jahre. Ich weiß. Ich weiß. Du bist sicher? Ich bin sicher. Ich bin sicher. Ich bin sicher, dass es zu tun wird, aber ich bin sicher, dass es zu tun wird. Und ich bin sicher, dass dies der einzige Weg ist, dass wir das tun können. Ich habe es ausgesucht, mehr als einmal. Ich habe es ausgesucht. Du bist der Experte. Jim? Schau mal. Die Bank. Karen, Tillie, Abigail. Ich habe sie alle. Sie alle sagen das gleiche. Es gibt keine mehr als eine Arme. Und die Polizei? Es ist eine Stadt. Es sind die Polizei. Aber so können wir wissen, die Patrol werden alle hierher gehen. Wenn wir Abigail und ich die Diversion haben. Das ist die Möglichkeit. Was denkst du, Arthur? Ich sehe nicht, dass wir viele Auswahl haben. Wir sind hierherum. Wir wissen, dass wir sterben sind. Aber der Plan? Wir haben ein guter Team. Wir wissen, wie wir kämpfen. Die Stadt sind nicht so schwer. Sobald wir schnell gehen. Ich denke, wir machen es in der Zeit. Mit einer Verstärkung. Das ist das Jose sagt. Es ist ein guter Plan wie jeder. Ich denke, ich glaube. Wir machen es in der Nacht. Es gibt eine Verstärkung, dass wir in der Bank einfach nur in der Bank nicht machen können. Wir können das nicht so schnell machen. Es wird uns nicht leichter machen. Ich weiß. Ich bin... Ich bin sicher. Jeder Plan ist ein guter Plan, wenn wir es gut gemacht haben. Jeder Problem, das wir hatten, war, weil wir es nicht gut gemacht haben. Auch Blackwater, von meinem Verständnis. Ich bin sicher. Ich verstehe. Ich verstehe das Alter. Wir können es iehen. Wir brauchen uns ein paar Böden. Wir haben alle ein paar Räume. Wir fahren in der Zeit. Wir fahren in der Nacht. Wir fahren in der Nacht. Wir sehen uns wie ein guter Kind. Wir fahren in der Nacht. Wir fahren auf den Kopf. Wir fahren auf die Welt. Der Beste unserer Tage ist als Bananer-Farmers. Lass uns aus diesem Gott versäckten Ort und wir uns einen Banken robben! Ja! Komm schon, Hosea! Gehen wir! Wir haben immer noch einen Tag. Das ist es, gentlemen. Das letzte Mal! Wo haben wir das schon gehört? Was hast du mit dir, John? Du hast all dein Herz verloren. Ich versuche nur zu bleiben, um alles zu sein. Das ist wahr. Oh, wie ich das Wort verweigte. So verweigte von Imagination. Wie schnell sind wir raus? Als schnell wir eine Passage organisiert haben. Both nach Argentinien. Und eine andere nach dem Cape. Was ist das Geld in Blackwater? Wir werden es einfach verlassen? Lass uns das! Es ist weg! Wir sprechen nicht so, wie es das einzige Geld in der Welt ist. Wir nehmen das und mehr. Das von den Menschen, die von uns nehmen. Das ist nicht so, wie ein Hick-Town-Hundert-Dollar-Operation. Das ist eine große Städte-Bank. Genau. Mit Sicherheit? Gäuern? Gäuern? Hosea hat seine Erinnerung gemacht. Wir haben das gemacht. Der Plan! Eine letzte Mal! Hosea und Abigail, wir gehen die Polizei. Wir gehen ruhig und schnell. John und Lenny, sichern die Vorhinein. Javier nimmt den Weg. Bill, Micah und Charles, kontrollieren die Leute. Ich und Arthur, wir gehen mit dem Bankmanager, und die Vault. Got es? Got es! Ja! Gut! All right, das ist genug. Wir gehen. Wir gehen. Wir gehen. Wir gehen. Ich werde dir einfach ein paar Tage leften. Du bist gut, Bill? Kannst du danceen? Dann fangen wir auf mit Charles. Wir wollen nicht sehen, nachher schauen, wie ein Posse von Country Outlaws. Das ist richtig, Cowboys! Noch eine Zeit! Noch eine Zeit? Noch eine Zeit? Hollande! Ja! Noch weiter! Los! Los! . Calmly does it, fellas. Act normal. Da ist Bill. Los geht's hier. Gentlemen, robbing thieves, it ain't no crime at all. Folk like this, Die Stole, was dieses Land könnte sein. Stay cool, Puss. Pack natural. Die Stole, was er zu tun? This, this better work. Looks like there's law over the other side. Have a modicum of faith, John, will you please? Soon as we get out, load everything onto the wagon here. I love that Hosea. He is a true artist. Let's go, ladies and gentlemen. This is a hold up. Don't do nothing stupid. Who do you think you are? Okay. Now then, Arthur, would you please have senior bank manager here open up the vault? No, Sean. Open the vault! Come on! Let's make this quick. Come on! Forget all the drawers. We need the combination for these safes. Tell them the combination! Come on! Speak! Speak or die! Now! First number! Nineteen! Nineteen! Got it! Okay, now. What's the second number? Seventy-two. Okay, now. Alright, should be one more number. Last number! Come on! Fifty-four! You get that Mr. Red! Fifty-four! Okay, I'm in! Holy shit, they were a joker! Was ist damit? Hallo? Scheiße, Abigail... Dutch! Geh raus! Geh raus! Geh raus! Geh raus! Someone must have squealed! Never should have gone after Bronte, Dutch. Mr. Milton? Let my friends go! Or folks, they are gonna get shot unnecessarily! Your friend? Why would I do that? Come on, Milton! It's over. No more bargains. No more deals. Mr. Milton, this is America. You can always cut a deal. I've given you enough chances. Hello! No! Fuck! Goddammit! There's your deal, Dutch. Who's there? Who's there? Who's there? Goddammit! They killed Mosea! Seriously? Clearly they're gonna do this the hard way. Take them down! They've got no way out of there! Throw every gun in there! Mosea! They killed Mosea! Goddammit! They killed Mosea! Fuck! They killed Mosea! They killed Mosea! What?! They killed Mosea! Charge it! I killed him! They killed him! Hold them back! Crazy rift across men! Ich weiß nicht, hier, Dex. Ich arbeite, Herr. Was ist er? Ich bin nicht mehr. Ich bin nicht mehr. Er ist tot. Ich bin nicht mehr. Ich bin nicht mehr. Ich bin nicht mehr. Ich bin nicht mehr. Der ist ein ganzes Geheimnis, Herr Garten! Help me out! Ich bin hier! Es gibt eine ganze Menge Overnote. Ich bin hier! 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 Where are they all coming? There is no way! We're gonna have that door! Take this! The wall holds through that wall! Okay? Jetzt sind wir wieder auf! Ich bin hier! Das ist nicht was ich hören! Dandaman! Stay down! How the hell did they not? There's gotta be a rat! You really wanna talk about this now? We're getting killed here! And get up to the roof! We draw their fire! We'll follow you up there! Yeah! Ich kann nicht! Ich kann nicht, was er hier weiß! Pop, 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 pop! ...